Wir sind doch alles nur Passagiere des großen Zug des Lebens. Wir gehen... Hallo und herzlich willkommen zu Bock auf ein Game. Ich hab so Bock. Wir haben beide Bock wieder mal Dragmania zu spielen. Ich hab ne geile Idee. Ja? Ja. Okay. Machen wir eine andere Map, Alter. Das ist nur 1 bis 10, Digga. Geh mal raus, geh mal zurück. Ja, was los, Alter. Wollen wir die... Oh, geil, die Black Series, Digga, muss man erst freispielen. Wow. Digga, try harder. Nee, lass mal jetzt erst freispielen irgendwas. Wollen wir mal die ganz schwere machen? Was hältst du davon? Und dann hier irgendwie sowas? Achterbahn. Oh, geil. Scheiß drauf, ne? Ja, scheiß drauf, ey. Und dann machen wir hier gleich die 141, ne? Das sieht nicht so aus, als würden wir da weit kommen, aber gut. Und wir werden heute übrigens nicht gesponsert von... Soko-Krossis. Ich sollte diesen ganzen Quatsch nicht essen. Denn wenn ihr wüsstet, wie Daddlet-Dude aussieht, der isst den ganzen Quatsch nämlich. Non-stop. Apropos, ich muss mir mal einmal ganz kurz die Hose öffnen. Mama. Okay, sie ist offen. Jetzt ist sie ganz offen. Nehmen wir hier, was ist das jetzt, Pornhub oder YouTube? Welche Folge nehmen wir gerade auf? Wieso? Für Pornhub muss ich jetzt die Hose aufmachen. Okay. Und dann musst du ganz langsam nach Hause gehen. Ich bin zu Hause. Ja, du bist zu Hause, stimmt. Ja, dann... Wahrweise kann ich auch nach Hause gehen. Das ist ja nicht mal ein Zuhause, ne? Das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Also. Das ist nicht meins, ne, ne? Wir verbinden uns mit dem System. Ich bin so fertig, ey. Du bist was? Alter, sieht die Map geil aus. Oh, sieht die geil aus. Entschuldigung. Wieso bist du schneller als... Ey, was? Hey. Ich hab komplett versagt. Oh. Wo muss ich denn hin? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss. Das ist das Problem mit dir und deinem Leben. Oh, shit. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Aber das Problem haben viele im Leben. Ja? Wo geht die Reise hin? Okay. Wer leitet uns? Weiß ich nicht. Oh, shit. Wer sagt uns überhaupt, wo die Reise hingeht? Wer? Wann ist die Reise zu Ende? Wann geht es dir an? Ich weiß es nicht. Wir sind doch alles nur Passagiere des großen Zuges des Lebens. Wir gehen... Wir sind auf dem Zug des Lebens. Oh Mann, ey. Das nervt so. Wir sind alle nur Passagiere des Zuges des Lebens. Ey, wieso bin ich jetzt... Habe ich jetzt diese Ego an sich? Hat man immer, wenn man von der künstlichen Intelligenz gesagt bekommt, dein Spiel zackt hart. Okay. Hast du es? Oh, soll ich streicheln? Ja. Okay, ich streichel, warte. Ah. Gut gestreichelt? Nee. So, damit geht der erste Punkt an mich. Wir sagen auch nie, wer wir sind, ne? Stimmt. Kannst du meinen, was wir sind? Ich bin blau, aber das bin ich immer. Also, ich bin Daddl-Dude. Vorname Daddl, nein, nein, mit Dude. Ja, Freunde dürfen mich auch Daddl nennen. Aber Leute, die ich nicht so gern mag, lieber Herr Dude. Herr Dude, Herr Dude. Ja, bitte, Herr Piesel. Kann ich ein Autogramm haben? Was willst du haben? Kann ich ein Autogramm... Einmal. Was willst du haben? Autogramm. Ein Autogramm? Ja, das ist gar kein Problem. Das kannst du gerne haben. Schreibst du bitte an mein Sekretariat. Das ist... Sekretariat at Daddl-Dude. Punkt Daddl-Dude mit Doppel-Du und einem D. Und ähm... Alter, schön. Ja, schreib bitte an mein Sekretariat. Das ist Daddl-Dude mit Doppel-U und einem... Alter Schwede, ey. Das ist ja voll... Mir wird total schlecht. Das ist auch VR, ne? Ja. Ihr hattet doch da mal diese eine VR-Reihe. Die hab ich total gesuchtet. Oh, das war so klasse. Da erinnere ich mich noch ganz gut dran. Entschuldigung. Er lächelt gar nicht. Okay. Gut, ja, mach weiter. Ja, hast du gesuchtet. So, erzähl weiter. Hab ich gesuchtet. Ja, war gut. Hat mir gut gefallen. Ja? Ja. Da war doch dieser Spieler... Wie heißt der? Konzole. Mit dem würde ich so gerne mal was zusammenspielen. Kannst du auch. Kannst du auch. Aber nicht in diesem Leben. Okay. Wenn du Glück hast und wiedergeboren wirst, im nächsten. Okay. Aber dann auch nicht. Gut. Aber wenn du dann nochmal wiedergeboren wirst... Nehm ich so hin. Kannst du ganz vielleicht mit uns mal... einen Kaffee trinken gehen. Okay, das freut mich. Kaffee trinke ich. Aber den zahlst du für uns alle. Okay, kauf ich euch. Und vielleicht, wenn du dann nochmal wiedergeboren wirst... Ja. Noch mal wiedergeboren. Dann kannst du mit uns auch mal tanzen gehen, wenn du möchtest. Oh, tanzen möchtest? Ja, ich... Foxtrot? Sehr gerne. Nein, nein. Wir tanzen nur Samba. Samba de Janeiro? Nein, den haben wir nicht mehr. Den haben wir nicht mehr. Oh, de Samba de Janeiro. De toque suquen de Samba. De Samba de Janeiro. De Siste de Janeiro. Oh, ne, diese se Lampada. Die Lampada. Ich wusste, dass die Lampada haben, aber ich habe es so fortgekommen. Ja, und wenn du dann nochmal wiedergeboren wirst, dann kannst du vielleicht, aber da kann ich dir nicht garantieren, dann muss ich vorhin mit Chucky sprechen. Chucky, Chucky, Chucky. Chucky Chang. Ja, Chucky Chang. Dann darfst du vielleicht... Chucky Chang oder Chang? Chang. Chang? Chang. Wie Chang na Lulu? Nein, wie Chang. Hang like a Chang. Also, okay, mit G wie... Ne, Chang, so wie der... Mit G wie Apfel am Ende. Oh, ich jongnier aber mit dem Wort Apfel. Ach, Apf... Apf... L... 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 Apfel. Das ist echt... Das ist echt krass. Wahrscheinlich, wenn ihr nicht im selben Raum seid, kommt das für euch gar nicht so krass rüber. Aber wenn ihr denkt, das ist echt krass, er kann das echt gut. Entsorbiiert mit den Wörtern. Das ist lieb, dass du das sagst zu mir, aber das weiß ich. Das weiß ich sehr, sehr gut. Das weiß ich extrem gut. Ich möchte nicht, dass du das noch ein einziges Mal erwähnst, weil ich weiß es einfach. Oh, shit. Oh, nein. Ach, das ist so schade, wenn das passiert. Ich werde das nie wieder erwähnen. Okay. Und ich hoffe, dass du wiedergeboren wirst. Okay. Damit wir mit dir einen Kaffee trinken gehen können, Lombarda tanzen. Aber den Kaffee zahlst du, ne? Okay. Fahrlich gern. Und den Lombardarkurs auch. Ja, sehr gern. Ich tanze gerne, Lombarda. Und du kochst jeden Abend für Konsole. Jeden Abend für Konsole. Und den koch ich total gern. Der ist nämlich ein ganz, ganz leckerer Esser. Er ist ein leckerer Esser. Er mag gar nicht gerne... Essen. Essen mag er nicht. Das ist einer der wenigen Menschen, der überhaupt nicht gerne Essen mag. Er hasst Essen. Er hat einmal zu mir, da war ich persönlich mit ihm unterwegs, dann hat er mir unter vier Augen gesagt, ich darf das auf jeden Fall keinem weitersagen, hat er gesagt, er mag Essen nicht. Ja, ist ein komischer Typ, aber er mag tatsächlich kein Essen. Aber das sollte ich keinem weitererzählen. Deswegen erzähle ich es auch nur dir. Danke. Und ich hoffe, dass wenn du wiedergeboren wirst, dass du das noch behalten kannst, wenn du ihm denn was kochst, weil er mag ja kein Essen. Hörst du mir zu? Ich hör dir noch zu. Ganz genau höre ich dir zu. Ich hänge an deinen Lippen. Ich höre ganz genau zu, was ich dir zu sagen habe. Ich habe dir nämlich etwas zu sagen und ich habe gewonnen. Das blaue Team erringt den Sieg. Ja, gut. Okay. Toll. Oh, eine scheiß Map, ey. Naja, die nächste Map zeigen wir in der nächsten Folge. Ja, schon wieder? Okay. Ja. Ja, okay. Komm damit klar oder geh nach Haus. Nee, geh nach Haus. Okay, danke. Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.